Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Okay, I'm here, I'm going to hit the next turn. Okay, I'm here, I'm here. Okay, I'm here, I'm here, I'm here. Okay, I'm here. Machen wir dran. Bleiben Sie ein bisschen schwerer, ich bin Hamburg. Okay, reicht. Wir müssen hier ablegen über Hindernisse und zwar wirklich mal für die Kinder und Menschen bitten, sich mal einfach auf die Matte zu legen. Ja, ja, kommt vor, zwei Kinder, zwei, 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 zwei Kinder. Zwei. Schau zu. Genau. Rücken wir an und runter. Rollen vorwärts, rollen rückwärts. Ja, okay. Okay, mit rückwärts. Egal. Und mal den Sturz vorwärts, das heißt dann nimmst du den letzten Hintern als Hinternist. Okay, ein bisschen Spannung halten jetzt. Okay. Und Feierfall. Und Feierfall. Ja, aus. Schön. Das reicht mir. Ein, zwei. Oh, weißt du, er hat's gefordert. Drittes Kind. Ja. 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 Noch eng zusammen. Schön klein machen. Und Klappe rein. Und los. Und los. Ja. 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 Ich hatte gerade noch das Kino. Okay. Oh, ja. Ja, ich muss jetzt ziehen, gerne. Genau. Noch andere Kinder, gerne? Okay, okay. Alles klar, allst mir. Gut. Und bitte wieder zurück. Ja. Wie ist er, wenn man die Matte verlässt? Okay. Jetzt kommen wir zu dem Bereich Sabaki, also Haltung, Tadashi, Haltung, Jigitadashi, Bewebensschule. Wir fangen an mit Taijitsu. Wir fangen an mit Taijitsu und Kantei-Position an. Bioti, T-Ken, Kantei, Birke. Andere Seite. Bioti, T-Ken, Kantei, Birke. Okay, Sabaki, vorhin. Genau, weitergehen mit den Stoppseilen. Mubate, Mubate, Film, Mubate, da ist der Smart Schritt, Bewegung, Mubate, Daisabaki, andere Seite, mit Tritt, Innenabwehr, Außenabwehr, Stopp-Kick und Kettenfortschluss, Abschluss. Mubate, Mubate, Drehung, Innenabwehr, Stopp-Kick, Ausführung, Hinten, Gleichung, Mabashi, 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 und Fuchten nach vorne, Abschluss, Suki, Gleichung, Mabashi, 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 Ok. Warton. Yummy. So. Ok. Falt. Wiltel. Teken. Kente. Hake. Anisatel. Wiltel. Teken. Kente. Hake. Sabaki. Innenabwehr, Außenabwehr, Inch, weiter, Mubert, 30 Grad Stück, Innenabwehr, Mubert, 30 Grad Stück, Inch, andere Seite, Ok, innenabwehr, reicht gut. Jetzt die Wehensschule aus dem Brüssel. Das war, wenn ich jetzt da nur sehe, mit dem Nico zusammen. Und zwar Reactive Movements. Heißt, du gibst ihm im Grunde vor, Schrittfolge vor, wenn du nur normal zur Seite gehst, Kontrolle A, Kontrolle Bein-Kontrolle, er muss die immer finden. Heißt, er muss ständig folgen, um diesen Kontakt zu suchen mit Arm und Bein. Du kannst einen diagonalen Schritt machen, du kannst einen Halbkreis-Schritt machen, zur Seite, dann muss die immer folgen. Mache ich aber nicht zum Schritt. Und. Kommt ... immigrasпол ... Okay, yummy, reicht wieder. Thema Wechsel, wir verlassen das Teil in Vasa bzw. die Basics und OSIS und gehen jetzt in den Bereich Kempota-Vasa oder eben im OSIS-Programm Plus-Kombe. Was ich jetzt hier möchte, wir fahren mit Tayetsu an, sind die Kakis. Das war, wir werden dann eben abwechselnd machen, und zwar geht das hin und her. Du brauchst ja, bis zu ihm. Und du? Ja, alle, aber nun nämlich genau 17 bzw. 19 Minuten. Okay, wir fangen an. Ich stelle euch gegenüber. Und nun, der Nico fängt an. Erst die Kakis, nachher die Technik. Und zwar, Kaketion 1 aus dem Weiß-Kelko-Kombe. Zweimal aus. Der Valentin, 2. 3. 3. 5. 4. 6. 5. 5. 4. Vielen Dank.